Ich bin froh, dass wir nicht so weit gehen müssen, so weit weg gehen müssen. Bei meinem Freund, ja, er hat andere Seiten vom Match für Spielhalle gekauft. Oh! Die Wand ist kaputt. Wir müssen noch einen Tunnel machen. Eine muss drinnen machen und eine muss draußen machen. Wie du Dreckst du gebarst? Geht eine 2 Dollar verdienen und halt mal den Maul. Okay, ich tu drinnen. Okay, du machst draußen, wenn du den Tunnel warst, ne? Ja. Und so kann die Aktion, ich kann es wirklich aussprechen. Okay, optimal. Nein. Nein. Was wollte Mohammed von dir? Mit so... Gitarren zu Bläsern, oder? Ja. Ne, da steht nur Galerie speichern oder löschen. Digga, wir haben das schon gemacht, wir müssen nichts mehr machen. Warte mal, lass mich dann eine bestimmte Dings machen. Ne, Alter, es dauert auch so lange. Hä? Ne, aber da, da steht... Orte... Interessante Orte aufsperren... Aufsperren. Warte, schau mal... Freund... Dings. Hm. 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 Mein Freund hat Dings nach... Nachrichten geschaut. Soll ich ihm fragen? Nee. Wir könnten öfters Dings machen. Rauböbelfall. Abgeschlossen. Okay. Wenn du sagst Schmutz, dann ist es Schmutz. Äh... Fändest du... Also... Fändest du herein besser als vor ohne Stimmel? Ja. Ähnlich sind verschiedene, so Witze halt. Nicht so wie Dings. Ach so. Ege, ege, dann steck ich halt... Steck ich halt hinten extra. Kannst du selber dann ein Worte bezahlen, Digga, vielleicht. Scheiß Maschine. Weißt du was ich vorhin gegessen habe? Kifte. Kifte. Kifte Spieß. Dann war es Fisch mit Knoblauch und Brot. Ich muss sagen... Da schau... Worte von Interesse... Wir haben diese... Bodyguard... Und... Kamera... Und... Tastendings... Nochmal Kamera... Und... No, no, no. Versuch mal das da unten zu starten. In der Mitte. Bist du sicher, dass deine Herangsweise Rissenschwindel sein soll? Soll ich ja drücken? Ein... Also ist es in der Mitte mit dem blauen Auto. Okay. Ah, jetzt! Schau mal... Schau mal... Schau mal die zweite Tafel an. Das war es jetzt. Wir haben... Nein. Alter. Also Hacker müssen wir 10% geben, gell? Okay, dann tue ich halt mit Hacker jetzt. Ja? Es gibt nur 7%, also 7% hat es auch... Ja, Alter, ist mir scheißegal. Es... Es hörst halt. Okay, dann jetzt Dings... Und... Pfarrer? Ah, sonst kann ich alles andere lassen. Okay, dann 5. Starte mal was auf der anderen Tafel. Wir müssen ja da was erledigen. Ja, wir müssen zu der zweite Tafel machen. Wir... Wir müssen... Alle Dings machen zuerst. Mit so... Kamera und so. Okay, und Schütze... Haben wir... Lass 9%, oder? Oder 5. Bessere Waffen, desto besser. Okay, ich hatte 9%, okay? Jo. Warte. Äh, Benni hier wird es langsam laut. Äh, Benni hier wird es langsam laut. Hey, kannst du auch... Kannst du auch... Auch was starten? Oh, dann nur ich. Schau mal. Äh, okay. Dann starte ich mit Hacker, okay? Oder Waffen. Jo. Okay, Hacker. Wieso starten? Ich hab jetzt gestartet. Ich hab jetzt... Okay. Ich hab jetzt... mit einem appropriaten Menschenrechte für Sie und verabschieden. Use das die 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 das Wir brauchen ein Bord, ne? Was brauchen wir? Ein Bord. Wir müssen alles treffen. Egal, wer es köfte Spieß ist. Ah, lol. Okay, hier steig ich aus. In deiner Waffe. Binde und erledige Agenten. Du siehst nicht richtig. Er war letztes Mal da drüben. Da ist kein, oder? Wir müssen einen Agent suchen. Ja, da ist er bei der Treppe, oder nicht? Warte, schau mal, dort. Okay, das ist er auch nicht. Es kann hier sein, vielleicht. Ah, da ist er. Ist es nicht, Tim-Ding? Woll, stell rein. Ja, 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 ja. Ich komm, ich komm, ich komm. Nein, 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 nein. Warte, das, was, das, das war's. Was durchsucht ist, er, nach, seiner Zugangskarte. Na, wir haben, wir dürfen nicht weg. Ja, durchsucht. Ist nicht zugänglich. Jetzt. Let's go. daughter okay fertig oder? okay okay Ok, 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 ist ... Ok, flieg flieg, flieg! Wir müssen ein paar Polizisten töten, sonst hätten wir jetzt nicht gescheit. Kennst du Klassenfahrt? Klassenfahrt? Ja, wir müssen... ja, ja. Oder zu lange, versteh die Fugde. Hä? Begebt dich zu... Ja. Nein, ist es nicht. Die hätten mir so große, äh, große Computerraumdienst. Ja. Ach nein, das war auch so kacke. Ah ja. Dafür, äh, haben wir Dienst gebraucht, Helikopter. Gibt's hier einen Präsident überhaupt? Schon. Ja, in Los Santos, also in GTA 5. Ja. Du weißt Bescheid, gell? So. Ich weiß alles. Geschleif'n. Ich ressleif'n. Der Kröscher dem Kontakt. Wollen wir einfach töten oder? Einfach töten und weg. Ich glaube wir haben letztes Mal einfach Leute gekillt, glaube ich zumindest. Wir müssen ins Heckerprogramm rein, Signalstecker suchen. Wir können ganz mal rein. Wir können es nicht. Ok, das Kamera. Links abbiegen. Okay. 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 Let's come on. Untertitelung. BR 2018 Ich verliess Signal. Ah da, Benny, Benny. Ach, er wach ist hier. Oh Gott, es kommt zu mir. Nein, ich bin im Arsch. Doch nicht. Ich schleiche mich schon einmal raus. Ja. Erstmal haben wir das nicht so leise geschafft, gell? Nein. Oh oh, da hinten ist die Clority. Ah, wahrscheinlich auch da ist die Kamera. Okay, da kommt eine Wache. Eine Wache. Ich gehe schon bald raus. Ich bin schon bald auf der Treppe. Ja. Ich gehe raus. Da war ich vielleicht. Nein, wahrscheinlich. Oh oh. No ball ist hekt neu. Es macht mir Bant. Bant, 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 Bant. Bant, 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 Bant. Bant, 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 Bant. Bant, Bant, Bant. Bant, Bant, Bant. Bant, 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 Bant. Bant, 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 Bant. Bant, 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 Bant. Bant, 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 Bant. Es ist direkt hinter uns, das war die Schießen, annals geht weg. Es geht weg. Ja, ich kann es nicht auf. Also? Nein, Halli, 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 Halli. Na, ich halte mich jetzt noch nicht zu spüren. Ich schauze mich jetzt auf. Dann kommt der Spot. Ich habe mich nicht verstanden. Ich mache dich jetzt einfach. Ich muss was machen, komm gleich. 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 Oh my god! 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 Vielen Dank. 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 Ja, weil... Ja, weil du wärst schon schaust... Sitzung gekickt. Nein, ich hab... Ich hab... Jetzt... Okay, okay... zwei Sportwagen... Ich hab... 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 Okay, ich hab... Ich hab... Ich... Ich hab... 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 Okay Bandit, ich werde umziehen, das wird kritisch. Ich habe ein paar Worte, ich werde ihn nicht auf displayieren. Aber ich habe ihn nicht die Schmerzen der Beste. Ich habe ihn mit dem Worte und dem Worte. Ich habe ihn nicht die Schmerzen. Das ist ein Worte, das ist ein Worte. Ich kann nicht mehr spawnen. Und nicht mehr bei den Krieg schlafen. Nein, 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 fahr hoch, fahr hoch, na, scheiße, so ein bisschen Ja, nein, 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 nein Ich muss zurückgehen, ich muss zurückgehen Ich bin immer noch in der Garage Nein, ich bin schon längst weg Wahrscheinlich Nein, 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 wahrscheinlich Vielleicht wolle dies nix gutes 돼요 wirst du ein Fluchtfahrzeug herzukommen jetzt sofort lasse etwas selber machen Hast du uns wohl Lust? iht du wenn du an das搞st poses Ja, ja, jetzt gerade. Oh nein, äh, äh, ich soll, ich muss mal weg, ja. Nein, ich bin falsch gefahren, nein. Ich bleib hier einfach, ich bleib hier. Ja, ich verstecke mich. Na, Helikopter hat mir wieder gefunden. Nimm du, nimm du Deluxo, nimm du Deluxo, ich fahre mit dem einen Auto. Okay, ich bin jetzt gefangen, na? Ich bin jetzt gefangen. Oh shit. Ja, mein erster Geist, ich bin auch nicht mehr da drin. Nee, ich bin klar. Es kann nicht mal so gut berghoch, hochfahren. Ähm, was, was ist das für ne Auto, alter? Schmutz. Das Schmutzauto. Digga, du Fahrschef, voll weit weg, alter. Ja, wegen Bullen. Wo seien die Bullen? Bleib doch stehen, du nimmst die Deluxo, alter. Und ich fahre mit dem einen. Und die Deluxo bekommst du die Bullen weg? Ich habe keine Bullen mehr. Und wenn ich das Auto nicht mehr habe, habe ich immer noch keine Bullen. Okay, steig aus. Nein, steig, fahre, 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 steig. Äh, okay, steig aus. Ich wach, du hast die Deluxo von mir. Wenigstens haben die jetzt keine Sterne. Also du hast keine und ich auch keine. Ich habe schon, ich, 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 ich habe immer noch. Ich bin noch, ich halt, ja. Ich werde halt nicht getroffen. Ja, ich fahre mal zu spülen, Alter. Ah, wahrscheinlich. Als ob ich noch Bullen habe. Ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch. Ich bin noch. Hey, wenn ich noch. Ich muss eine Screenshot machen. Den muss man denn. Die Wagen-Texe sind leider schlecht, Digga. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich komme zu dir ich komme zu dir ich will ja nicht so gut diese was machen ich will was machen ich will was machen ich komme zu dir jesus kommt in den himmel auf der himmel im innen es geht überhaupt denn er ist im himmel mein himmel steht heilig samenspende ist da deine mutter will geschehen hier hin so wie im pimmel so auch auf der feil gell hier ist normal gewinnt daran ja die elektrische probleme so ja wahrscheinlich hier ich glaube dass da draußen regnet wird ja bei mir er tröpfelt schon ein bisschen ach so nicht die regentropfen regnet die wolken ja tschau ich muss los so ist ich muss und wenn nachher die wolken wieder entstehen wahrscheinlich die sonne zieht ich muss kurz ich muss kurz paar leute nass machen nachspitzen ich bin gerade auf der heißen nummer soll ich mich gerade die leute nass spritzen ich komme gleich weiterbeschriftigen was ja soll ich jetzt aufsteigen oder was ist eigentlich eigentlich wolltest du ihn überfangen ja jo hehehe nächste nächste ist geburt ist ok du fäll geburt ich mach alles alle lehle ich es oh ha wenn dir diese gelbe auto kann ich so gut wart ist das gleiche auto ja ich glaube die sind alles im gleiche ja ok die können nicht gut berg hoch bauen ist so scheißegang wir müssen nicht berg fahren diga ja aber wenn wir müssen gestartet ok es gibt jetzt auf verschiedene waffen soll ich Falls ich du einfach wurdest mir, na warte, Gewehrbewaffnung oder Schrottfintebewaffnung, na Schrott, Gewehr, ja, Stummwaffel, äh, Stumm, eigentlich, ich wollte gerade sagen, Stummgewehr, was heißt, Stummwaffel. Stummwaffel. Na, ich meine, heißt du auch nicht. Was ist das, was da so Stummwaffel in dein Gesicht so drauf? Ich meine, wir haben noch extra mehr Wunder, Alter, gesehen. Ich glaube, was ich bin, Alter. Wird es. Ich spreche, ich werde. Wow, wow, wieder so weit, ich spreche, ich spreche. Schwer, warum kann man nicht auf Deutsch stellen, ehr, ehrlich, da wäre es so viel leichter für uns. Ja, da muss ich ja dann... Na, wo ist Japanisch? Na, die Turkish ist auch Fortnite Müll. Nö, 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 nö. Ich, 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 Müll, Müll. 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 Beste Alter. Einfach raus. Der Deutsche rauskomme Müll. Achja. Die Juden. Raus. Ich hab's ein bisschen auf so'n scheide Stein landen, ja? Ja. Die Steine sind geheimnisvoll. Sind auch Gegner. Ja. Und er braucht auch nicht. Er nicht? Ok, 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 ok. Achso, ich muss ja da weg hin. Mach halt ne ganze Runde. Schock ein. Na geht doch. Scheiße, 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 scheiße. Er war was, was? Gegner. Ich muss ja die Kirche untersuchen. Ah, da links, 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 wo... Helikopter sind. Na links sind auch noch. Links sind so... Links sind so... Helikopter sind. Da brauchen wir Helikopter? Da brauchen wir das. Ok, dass der neiglich ist. Ich bin tot! Du musst das klären jetzt. Keine Sorge, brav am Schatz. Na, wahrscheinlich, Digga. Okay, ich geh da jetzt. Ich geh links jetzt. Digga, ich mag nicht mit Schatz gefahren, ich mag zu meinem Link so, Digga. Da drüben muss ich Ding holen, Digga. Oh, das ist gut. Das ist nicht gut, diese... Okay, ich nehme dabei Waffe. Ja, nehm dich. Ich hole mich hinter Rücks ab. Digga, kaum dass du im Wasser hielst. Okay, man muss mit Flugzeug fliegen. Ich bin nicht so gut mit Flugzeug. Ja, nicht da. Was? Okay, dann muss ich halt... Müssen wir halt versuchen. Oh, okay, du musst da reingehen. Ja, okay, dann halt hier. Ich zie von den Schubs. Oh, ja, 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 ein bisschen Schubs. Okay. Ach, Scheiße, alter. Du drücke uns Blitzt jetzt auf den Donner. Die blitzt jetzt... Das ist so... Digga, ich muss halt die lächse Rätin. Ja, irgendwie... Die blitze Rätin. Die blitze Rätin. Das ist echt schwer, extrem hart oder so. Ich kriege mal Ahrschock unter dem Auto aus. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber Digga, jetzt schlugzeit von dir ist ja nicht so scheiße, oder? Es ist scheiße zu fliegen halt. Ist egal, ist die schöne Zeit. Eigentlich brauche ich Unterstützung. Im Himmel. Allah ist er. Eben hätte jetzt ganze Luxe Waffen. Aber die habe ich nur hier und rolle. Wir sterben Digga, ist los bei dir. Aber ich muss zart runter landen. Wo ist Helikopter drin? Oh, vielleicht hat ein Helikopter nichts gut ist da. Warte, ich muss... ...ne Drehung machen. Oh, wahrscheinlich hab ich nicht alles verpasst. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Weh, ich möchte nichts weiterziehen. Nee, er geht in Notmurus, Digga. Oh, geschafft. Ja, mein, ist er einfach exkludiert. Wir müssen vieles machen noch, ne? Ich glaube, dass wir nicht heute machen können, Casino-Rabbelüberfall. Ja, ist das aber klar, Digga. Wir haben ja schon schon noch vor lange Zeit. Aber morgen können wir auch direkt zocken. Also, nach dem Essen. Ja, muss ich auch den. Ich will mit dem Arsch aufbauen. Ja, morgen halt meine ich, also... Motorrad, doch nicht. Geh auf, du Opfer. Du musst gut röper in dir, wenn du alles kaputt machst. Ja, mein, nein, verdammt, ich bin fertig. Äh, zu sagen, die Spielhalle markier. Oh, Motorradenführer. Überfallen. Ach, Kylo. Nicht Fursten, äh, Kacken. Äh, soll ich Ding, Spielhalle markieren? Geh auf, du Opfer. Geh auf, du Opfer. Okay, ich markiere, ich spiele alle. Alter, da kommt jetzt einfach, gehört. Ja, bei mir auch, Volle. Ich hab's. Ich hab's. Sicher hat... Sicher hat... Sicher hat... Sicher hat einer von Teroe was Böses gemacht, darum zu... Mutterraden. Sicher hat einer von Teroe was Böses gemacht, darum zu... Ja, huu. Ja, huu. Oh, der Radle. Hu, huu. Äh, äh, ich werde für... Ist Mario Kart 8, äh, gratis? Alter, gehört? Digga, ist das Partier so brutal, oder was? Oh, wahrscheinlich. Oh, mashallah, digga. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich nur mal hatte. Voila. Bestimmt mal. Hey Lull, Robert uns ist Auto blau gezeigt. Also. Ich hab's Problem, weil ich die angefangen hab, oder? Und einfach nicht. Ups, getötet ist aber egal. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Er kennt Mario Kart 8. Führerschein? Mario Kart 8? Ja. Wollen wir mal runterladen, wenn's gratis ist? Wenn's was kostet, kaufe ich vielleicht später. Hä, das gibt's ja nicht für PS4. Äh, doch. Ja, ja. Ja, Monta, äh, soz... Also, mo... Früher, äh, haben Monta und noch... Erotrix und Uwe... So, auch so Playstation gespielt. Mit so Controller. Ja, digga. Das ist aber. Auf Nintendo Switch, da kann man Playstation-Controller verdinken. Ach so. Ach man. Bitte, dass in Playstation Mario Kart 8 geht. Ah, da werd ich dann auch so richtig suchen. Ja, aber Nintendo... Nintendo gehört nicht zu... Playstation, Sony. Nintendo ist ja eigentlich. Alexa... Gibt es... Mario Kart 8 für die PS4? Game. Der Gebäude bei dir war auch so gut... äh, gut zu hören, alter. Alexa. Gibt es Mario Kart 8 für die PS4? Gibt es Mario Kart 8 für die PS4? Ja. Ehm. Es gibt nichts, oder? Alexa. Alexa. In den Einkaufswagen. Digger. Alter Vater. Jetzt 3, 2, 1. Das war kein Blitz. Bist du deppert, Alter. Ja, das war kein Blitz. Ah, ne Donner war es wahrscheinlich. Das war total Blitz. Na, für mich war voll eine große Blitz. Der war aber nah, ne? Okay, wir müssen ein Gefängnisbuss kommen. Ah ja, da steht die. Kann man jetzt Mario Kart 8 Playstation? Nee, gibt's nicht. Alter, bei euch hängt es richtig, oder? Ja. Man sieht's, Digger. Voll schiefe Regentropfen, Digger. Jetzt ist es wieder geblitzt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 Digger. Danach nächster Blitz muss ich zählen. Ob das Glitter zu uns kommt oder nicht. Ja, Digger reicht wieder. Übertreib. Toh, halt's Maul. Schau. 1, 2, 3. Oh, und wieder ist der Klingel. Mal. Es funktioniert auch wenn zu Mutter, äh Mutter oder Vater oder Geschwister einfach rein kommen ohne zu klopfen. wozu gebe ich das an der Tür kennst du das also manche Menschen 2 2 4 und 10 also es regnet heftig jetzt Molto Alter Alte Wand wird sofort nass gespritzt Alter jetzt sofort Alter bei mir bei mir von auf einmal volle Schütten angefangen Liga auch halt das war so kurz volle laut also kennst du man jetzt was aber mir ganz kurz gehalten das ist ja auch ganz manche Leute diese erste aufmachen dann klopfen 3 4 4 Alter auch wenn ich muss unten gehen eine muss unten erledigen fahrt schon mach ich so ok Moin wir dabei du 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 jetzt war es voll ja ein hoch wir brauchen fette Auto ey da wir haben fette Auto da 1 2 3 4 ok fährt aus und fertig dieser Fahrer 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 23 11 12 14 11 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 und danach geht der Geruch von Regen aufm Asphalt, Digga. Ja. Boah, Digga, ich liebe es. Ich höre den ganzen Tag Menschen, dass es regnet. Also meiner Meinung. Tadang! Ja, moine, darfst du vor der Karre? Adjee, ich krieg's auch. Aber Bus fahre ich schon langsam. Also gibt's ein Bus. Hallo, Herr Busfahrer. Haha, die blöde Jahre fahrt auf dem Schiff. Au, au. Oh, waaat? Das ist das Inn, aber in klein. Digga. Aber jetzt fang's dringend an, Digga, hoch. Mashallah, Digga. Ui. Kannst du's auch hören von mir? Ja. Jetzt, Digga. Jetzt oder nie. Boah, dass's gut ist, ey. Okay, einer getötet. Ja, Busfahrer. Halt dich, der Gang. Oh, genau, der Busfahrer getötet. Halt dich nicht hier. Halt den Maul. Ja. Digga, jetzt sind keine Mücke mehr da. Maschallah, jetzt kann ich jetzt die Tür aufmachen. Er hat gar nicht Geld, ne? Wo? Ah, da sind wir. Ja, 30 Dollar. Ja. Mhm. Du musst du, du, du musst mir Bus geben. Wieso ist das Zeit, oder? Nein, aber schneller halt. Digga, bei mir fällt es das richtig, Digga. Digga. Ja. Digga, wie unnormal. Digga, das muss ich filmen. Digga, so lang ist es zu brutales Wetter, aber so lang nicht. Ah, der Platte ist gut. Gut ist es, ja. Ah, wahrscheinlich ist der PlayStation-Controller komplett nass. Ich habe eh nichts Elektrisches, das auf der Fensterbank liegen, ne? Digga. Oh, Digga, es regnet einer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, wahrscheinlich, Digga. Oh, 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 es regnet einer. Oh, oh, oh. Digga, bei ganz festen Banke ist nass. Na, wahrscheinlich. Na. Digga, jetzt habe ich mir gedacht, ich kann nicht so aufmachen, Alter, und jetzt, ja. Scheiße halt, ne? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ist es jetzt komplett nass? Komplett, Alter. Handy ist alles nass da oben. Oh, scheiße, alles nass, Digga. Der Regen hat ihn nass gespritzt. Digga, der ganze Tisch innen ist nass. Ich weiss, mein iPad. Na, 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 Fenster bleib offen, hallo. So. Ich bin fast da, Benni, Benni, komm. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Okay, ich geh jetzt rein. Digga, vergessen, Alter. Wir müssen ja hinten da was machen, ja? Ja. Als Maul, verpiss dich. Ja, ich bin tot. Nee, hol es grad was wir brauchen. Irgendwie direkt gestorben. Instance am Tier ist, oder? Oh, ja. Ja. Direkt. Suche für den Kursor schließen. Huh. Wow, wahrscheinlich bei Nacht. Digga, wehe ist von draußen, ne? Okay, wir müssen den Schütze von von draußen noch. Scheiße, von draußen noch. Oh. Das hab ich komplett vergessen. Digga. Digga, ich brauch einfach nur mein Deluxe, sodass ich nicht rein sein. Aber ich hab aber kaum Zeit. Ich hab den Scheiß, wie X-Faxre in der Halbzeit. Oh, man. Okay, da war es so schwierig, da reinzukommen. ich habe schon wenn ich eine auto kriege ja auto auto ja komm halt nicht auto war doch hier rein ich brauche nur die luxoriger Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Okay, ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Schraub. Alter. Gehört? Ja, ich höre es in der Zeit sogar. Da war es gerade ein voller Heftiger. Ich habe keine Tür. Ich werde es so auf einem Schraub. sterben nein was macht das polizei Auto das polizei Auto von mir trifft hat mir egal, haben sie mit dem Platten gescheissen Digger, ich kann mal in die Lüchse holen und er weiß nicht, ich will die von den Bitten ablenken Digger, hauptautocrawler, warum ist es da? ja das der Brunzen ist gestreckt danke das der Brunzen ist kribiert und wert die Hala, hatte Blatt, warum du Schubbrenner hast das nix gut ist scheiße nee man, ich brauch schon drei, ich war nicht rein gewesen ja, ich war halt rein gewesen hihihi 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 uhr weil ich gegangen nix uhr hihihi oh, ich habe das vor allem in der Auto ey, ich kann mal auch rein na such dein eigenes hey, du hast die Kinder gehen von der Schule heim, alter vielleicht ganz komplett nass ha ha da das gut ist die auch es geht es geht ja neu wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich ihn bis die war Bar, Alter! Scheiß Bullen! Geh wegstehen! Was ist das denn hier? Ah, du reich, Digga! Was ist los aller bei dir? Oh Mann, jetzt muss ich den Kreis machen, oder was? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ach, Digga! Lass dir doch weiterleben! ich habe nichts getan blärt nein diga hast gehört diga der Pilz ist bitte fast geflogen die ganze Couch hat vibriert, voila meine ist nicht komisch ich bin so stolz auf dich Gott Danke, dass du endlich mal so viel Technik machen musst du geile Sau hehehe wahrscheinlich, alle vorm die stehen alle vorm ich bin drinnen 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 ich spawne, oder? weiße was kacke ist die Polizisten spawnen nicht das Ding Sondern die vorne, nein. Aber ich bin in dem Turm drin, ja. Perfekt. Ich muss auch hier ein bisschen... Digga, es hagelt! Es hagelt! Du hast mich schon getötet. Was? Nein! Ich war im Turm drin. Ja, du bist auch drinnen. Benni, 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 Benni. Guck, 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 guck. Guck, 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 gu wahrscheinlich digga kann sich haben wir verpissen von mir habe nichts macht egal weil ich bringe nur eure freunde um wahrscheinlich kuckuck du kleinen schlampen schau mal wieder warte gottik du dreckstau hey mann jeder keinen der oben ist scharfschützer gesagt wo ist das? ok ich habe ich habe jetzt muss ich noch mehr weg hier mit fremd runter und die sammel sein ok 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 draußen oder ja nein ich bin drin bin ich los was so auswählen drinnen wäre alter nein die tarotasche ist immer noch abschützend ich habe eine auto 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 platz ja überfahren ich habe mich gescheitert oder noch mal kopfhörig du bringst mich nicht nur um und du trägst Heli am uns verstanden Digger ich schwöre eher scheiß Huren so ein ja Motorrad aber ich glaube komm dass ich jetzt mal so viel Schutz kann brauchen Schuss von der Waffe von der Hubschrauber ja moin es fort mir oder um alter fährt mir ein bisschen lieber ja moin warte da ist mir Hubschrauber oder da vorne ist ne dienst ich ich kann's heulen glaube ich ja moin ich wehe du tötest mich wehe Dreckshelikopter Liga komm mach den Hubschrauber schrauber schrauber mach den Helikopter 1 1 aber wenn noch ein Heter nicht bin tot und Schweine die vollen schweine 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 ja wahrscheinlich du auch drunten bin ich vorher verrächtigt und drunten muss ein Motorrad liegen die gar die hieken mir die ganze Zeit schweine und geschützt habe ich Prozent gebetet Ja, Krimschupf, Motorrad nur weiter weg, behindert, drogen, ist NPC-Tiger. Snacks, Snacks, Inventar, Snacks! Cola! Oder irgendwas! Nein, du, Alter, mein Drecksplot! Einfach immer, Scheiße! Der Polenauto, glaub ich. Ja, hier ist der Polenauto, ich fahre zum Flugzeug, da kann ich dann besser wegfliegen. Mann, wie. Dreckspullen, Alter, wirklich. Das Dreckspullen, der Drecksauto. Nein, ich bin fast tot. Oh nein, ich bin fast tot. Wenn ich bin fast tot. Mann, nein. Digga. Jetzt ist mir verarschen. Nichts, ich schießt's mir nicht nochmal los. Nein, sterb fast, sterb fast, sterb fast, sterb fast. Nein, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Was ist tot? und ein Maul Teil Mann ich bin ich weiß nicht mehr und ist was verpiss die hey alter halt der auto unter kontrolle du spaß scheiße nächste platten aber wir haben auch einen platten zu sterben Ein Mord macht den Flugsteil von Fackdecken. Gib das Auto! Mach den mich direkt auf. Mann! Nein! Das ist immer der Drecksteil in der Dreckswichsverschissenen. Dreckscheiße da. Gibt es jetzt einen Bullenwagen oder einen Knallerholt? Geht mir fast bei Flugzeug. Geht mir fast mal los. Hallo, fahr hoch, fahr hoch. Fahr, 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 fahr. Fahr. Ja, komm, halt die Schnauze. Na, jetzt weg mit der Helikopter jetzt. Oder ein neues Flugzeug. Nein! Nicht so auszeigen. Nein, 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 nein. Nee, nur sterben, bitte. Bitte, bitte nicht schießen. Nicht. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, und mein Glück. Jawohl, anyfalls, wie gar noch sind die Schorst raus weg? Nein! Genau wo ich eingestiegen bin, bin ich gestorben. Die Schwer ist die Frissing-Vendartiger. Ah, fuck's neu gebracht. Okay, wir erreichen bei uns mal den Nuki machen. Fahr schon verstorben hier, Digga. Na, Mann, das hätte ich nicht getan. Das hätte ich nicht getan. Das hätte ich nicht geschafft. Wunderbar. Oh, ich kann es noch schaffen glaube ich. Na man, ist weg, Digga. eine kopf ist weg das trägt auch da der fasch ist hallo war Digga, Auto geht so. Zum Teil. Ja, ich bin tot. Sie haben einfach Dings explodieren lassen. Wenn der Helikopter mir jetzt nicht einholt, dann haue ich ab. Dann bin ich schon abhandiger. Der Drecksbulle hält mich an. Ich habe ihn jetzt gestohlen, Brat. Meine Flucht geht über Holland oder Polen. Nein, 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 das ist ein Helikopter. Ah, scheiße. Wo ist das Helikopter? Bei mir ist kein Helikopter, ich schüttle gar nicht die Bullen ab, Digga. Ich suche ganz set. Ich bin schon. Bullennerven, nein, GTA. So unnötig, diese Bullen. Ja, geschafft. Ich habe keinen Bullen mehr. Ja, weil ich sie weg habe. Okay, jetzt muss ich nur Dings bringen, oder? Ich habe keine Ahnung, Bade, ich muss gerade Deluxe suchen, Digga. Ohne Deluxe ist aber scheiße. Ich habe mich die ganze Zeit genervt haben, ne? Die ganze Zeit am Nerven. Hinten auf der Straße, wo ich meine Deluxe. Aber da bin ich da, Isil. Digga, die Ausschau. Mein weißes T-Shirt ist rot. Wie Donald Trumps Frühstücksbrot. Ah, wahrscheinlich. Hast keine Bullen mehr, oder? Nein. Ja, dann kriege ich die Bullen. Ich bin schon. Ich bin schon von Vloeken. Ich hoffe nicht wegkönnen. Schau, die haben einfach Flugzeug mit Rakete geschossen. Da ist eine Fliege bei mir. Ach nein. Stehen sie jetzt noch Fliegen oder was? Achtung, ich komme. Ja. Ich sag dir, du musst im Schach fahren. Da kann ich mal raussteigen. Ach so. Als es vorhin heftig geregnet hat. Regen jetzt bald nicht. Ich weiß, wer gerade rappt. Nein. Mehr Franken. Nein. Die Baby. Kannst du das Lied dran? Nein, aber von ihm ein paar andere. Andere. Ja. 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 Magst du nicht. Ich warte immer. Wenn du bist, denkst du. Ja. Warte. Appreciate it. Das ist nicht klar. Das ist nicht klar. ... Ah, du polis hast du. Ich möchte den Bullen gehen. Du kannst gerade zu Fuß gehen, oder du schlägst nicht im Auto wie dein. Ich habe immer noch diese Uniform. Eigentlich ist es egal welche ich starte. Jetzt mache ich einfach das zweite. Ich werde wenigstens alles zu vorne machen. Glaubst du, dass ich auch bald Geräte machen müssen? Benizobilos. Was müsstest du schon wieder machen? Ihr habt es gelesen, Galileo, Alter. Galileo. Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Ich habe einfach gestartet. Ah, alles andere. Ich habe noch nicht angerufen. Alter Scheiße.mp3, Digga. ja mayday 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 ja 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 mal da nicht ja 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 damit darfst nicht weiterfahren außerhalb im bachplatz was müssen wir holen suche bei dem treffen nach dem auto bauti schau mal was für nachricht wir bekommen haben ich stehe mal wieder ins auto ich fahre ein bisschen nach vorne mit Kennzeichen 0 2 S A B S A B irgendwas ok aber dafür müssen wir ja töten ok ich bin auch gefallen ich weiß gleich welches Auto ok wow ok gute Nacht gute Nacht und Digga warum können die von der Enten schon schießen Digga Digga und wie die Ballern die davon heftige heftige woher das nix gut ist ja wenn du sie von der weiten schießen Digga sowohl weg ne die Keton die Dings weg transportieren wahrscheinlich denkst du ja ne jetzt haben wir Bullen ist ja scheißegal durchsucht das Gebiet wegen dem Auto ich glaube das ist auch uns von den Panzerwagen oder nicht ich glaube das ist so oder ne die Kennzeichen wenn ich die Kennzeichen sehe dann weiß ich es glaube ich ne ich schneide die Kennzeichen O 2 A so aber das fängt mit 0 an halt 0 9 EX oder 0 0 2 S A B 7 8 5 na wahrscheinlich Digga das Auto steht aber ganz verdächtig Digga volle Scheiße der da lebt mir achso ja meine ich niemanden für andere ähh ich glaub ich glaub der da neben mir nicht der da sondern der da hinten der BW ja genau nein nicht da ist es der oder ne falsche Wagen ne ich weiß ja ich weiß Wolladissj nein es geht nicht auch öffne den Kofferraum öffne den Kofferraum ich bin die Schuss Wolladisse klein Ich muss ein Foto machen, ich muss ein Foto machen. Ähm, wir sind still unnötig. Ja. Anlass verschicken. So. Hallo, vergiss dich nun so. Mache ein... Ich hab's doch gemacht. Digga, dein Foto was du machst Digga. Schau raus, ich hab ein Bild von Minecraft Digga. Okay, die kommen langsam. Nein, nein, ich will mit dem Frauen, hopp, ausi. Mal gut, Disse. Hadi. Hadi, Schwester. Hadi, Iran. Warte, das muss ich noch machen, immer wenn ich da bin Digga, ich mach das mit dir so. Ja. Irgendwie was, du. Ich will mit dich, ich bin wit und mir nicht sicher. Ich bin gleich. Ich bin immer irre. Du bist mit mir. Ich bin gleich zu ihm. Aber ich bin ост Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe kein Internet. Warum hast du jetzt Goerken an alle aufgesagt? Also ich habe Erdal, Mohamed und Birken gesagt. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, du bist der Wettbewerb. Oh Gott, du bist der Wettbewerb. Oh Gott. Oh Gott, du bist der Wettbewerb. Oh Gott, du bist der Wettbewerb. Also wir sind aus dem Namen der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Der Wettbewerb. Warum, Servus. Moin. Moin, Servus. Moin, Servus. Moin. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, was soll ich denn machen? Das ist okay nicht. Ich bin wohl. Ich bin durch. Ich habe gedacht, ich tue einfach irgendwelche. Ich bin froh, dass keiner Spieler nervt wie gestern, Erlu. Okay. Wir müssen uns trennen. Okay, äh. Ja. Na. Na, du scheiße, ich dachte. Ich habe keine Waffen. Scheiße, wie viel Geld haben wir. Okay, 3.000. Ey, gehen wir mal Haftbomben kaufen. Aber wir müssen Spieler töten. Ich weiß. Und das in 9 Minuten. Also ne, ich muss grad zum Waffen leihen. Ja, Waffen leißen. Ich muss mal Waffen leißen holen. Ich muss mal Waffen leißen holen. Was haben Sie gesehen, was wir haben können? Es sind 23, 25, 25. Nein, LKW. Oh, du Arsch. Die Welt. Ja, Junge. Steig doch ein. Du mit Rigsau. Scheiße, ein bisschen. Wirklich. Zu behindert zum Fahren, Digga. Dummes Sau. Digga. Sicher Frau, oder? Na, Mann. Andere bisschen, weil ich zu behindert kann. Fahne sind die Hunde. Frauen sind die Hunde, Digga. Ich wüsste Bescheid. Digga, in Wien ist ja auf der Hunde gekommen. Na, wahrscheinlich. Ja, sie sind die Hunde gekommen. Ja, ich mache ihn. Ich mache ihn so weiter oben. Ich mache ihn. Ja, ich mache ihn. Mach ihn. M-hm. Ja. Ja. Alles klar. Ja. Ach. st er wurde in den der morgen die können einfach wegfliegen er geht dann durch halt mit schiff schief die jetzt mal Wir müssen so viele zerstören, wie wir können, Alter. Wie war's? Mann. Warum ist das so kompliziert? Scheiße. Ah, das Schiff kommt ja näher immer. Okay, dann fahr ich halt hier hin. Tadam. Ich bin so behindert. Nicht Mrs. Banker anrufen, Digga. Oh, wohin fährst du? Wohin fährst du? Ich bin einfach bis hin, Matthias. Ich bin einfach bis hin. Ich bin immer noch nicht kaputt. immer denn ja auch schon keine ahnung wie fachbomben verbrannte gabing umbrot Digga, muss ich weit fahren? Halt's Maul, das gibt's doch nicht. Halt's Maul, das macht man selber, du Kude. Halt, Digga. Es ist so kompliziert am Pass. Wohin es hingeht, ne? Wo es hingeht, das ist unglaublich. Äh, das wollte ich ja gar nicht. Digga, das gibt's doch nie. Ich hab schon keine Ahnung, wie viel Haftbumpen man... ...und so... ...und so verschossen, Digga. Digga, stirbt doch jetzt. Wollen wir ganz normal doch, ne? ...und so... ...und so. Jetzt, Digga. Da ist er. Wir müssen den Bergnerisch kaputt machen. Wercher von den zwei ist jetzt die Lieferung. Das ist die Scheiße. Ich glaube der da, oder? Das ist die Scheiße. Oh, wahrscheinlich die Leute verfolgen mir so wichsam. Nein, raus, raus, raus. Ich bin so ein Spieldienst. Beenden, ja, beenden. Herr Benny, sollen wir neu machen? Nein, wir müssen nicht alle zustimmen. Doch. Wenn wir alle kaputt machen, desto schwächer werden die. Ich fahre es nicht, ne? Ja, wir versuchen das nicht. Ja, lass, wir einfach nicht. Ja, lass, wir einfach probieren. Ja, mach einfach weiter, digga. Ja, ich mache es zumindest. In welcher Richtung fährt er jetzt? Fährt er in Stadt oder? Wo hinfährt er? Was ist schlimm? Päck! ja ich seh es, ich seh die kleine hohen ja moin, wahrscheinlich, truck-täger, hab ich da voll viel aus, merk ich nicht, Panzer-Truck Junge, das ist der Truck, glaub ich Egal, das gibt's doch nicht, verrasse ich doch nicht, nix, 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 nix nix, 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 nix ich weiß nicht mehr, wie viele Dinge ich hab, ne wo ist einer in der Nähe, da drüben die Autobahn, mit Spaß, hol ich mir jetzt noch vielleicht, wenn's was rausgeht, hol ich mal einen anderen anderen dann, nix die oberen die oberen die oberen die oberen mir war in ein paar Sekunden ist eine unsere Schafft haben wir heute gehabt. Ja, ich schaffe ihn noch. Das eweste Schaffe, den ich mache. Ist heute eine Flamme stehen. Ja. Nein, ich werde den grünen machen. Ein kaputte Mark. Das war so eine Boot. Was, wir haben sechs kaputte Mark. Vier. Ja, okay. Nächstes Mal, wenn wir nochmal das machen müssen. Kaufe ich dann auch diese... Na, dann tust du dein Auto... Dings, äh, upgraden mit so über Paketen und so. Ja, diegab wie denn wenig Geld ab? Ja. Ja, später halt. Wir müssen ja Dings machen zuerst. Ich schwöre... Die größte Scheiße ist, sie muss bei der Kommandozentrale die Werkstatt kaufen und die kostet 900.000 Dollar, dass sie das Auto überstunden kann. Wo kann ich meinen Deluxo in GTA 5 tunen? Mit Waffen. Wo kann ich meinen Deluxo in GTA 5 tunen? Mit Waffen. Wo kann ich meinen Deluxo in GTA 5 tunen? Mit Waffen함 mit Waffen. Vorher in Dr. Kiff. Ja, ist das so. Ja, ich habe den Kiff. Ruhig. Kiff. Ja, ich habe deine Kiff. Jetzt habe ich Polen, weil ich nichts gemacht habe, ist ja auch strafbar, oder? Okay, ich habe Polen, aber... Was machen wir jetzt nicht? Noch ein Fehler, brauchen wir noch. Ja, nein, wir hatten vorhin keinen Bullen. Ich habe es, warum wir jetzt nicht so gut sind? Okay, ich habe das Gefühl, ich habe keine Planung. Ich weiß nicht, wir würden mich nicht so gut machen, oder? die lixo klärt alles keine sorge mit der lixo klärt digga wer braucht so gut für das auto liga jetzt in bänden werkstatt erhält mich jetzt sofort und wenn auch okay und wenn auch ein zwei drei vier dann auch fünf eines geschlossen schuld der benny bei dritte gern mit so laut gerwiss händlings agglieder mit ihr wahrscheinlich auch noch mal machen wenn ich mich zugehört Mach die Robo, mach die Robo, Robo, mach die Robo, mach die Robo, Robo. Mach die Robo, mach die Robo. Äh, hast du mich zugehört? Mach die Robo, ja. Ja, mach die Robo. Robo, ja. Ja, hab die Zugschalt. Nein, wieder nicht. Wenn wir bei Aggressivkehren Dings nochmal machen müssen, müssen wir uns gut vorbereiten. Wir können wieder mehr zerstören, als die unzerstört haben halt. Wir zerstören ihre Mütter, Frau, Täter und Penis. Darf ich die Penis hier haben? Kleine Spendebisschen. Wer kann es nicht, Digga? Einfach Stau überwinden. Hm. Verpässt dich, du Unsohn. Verpässt dich, du Unsohn. Schamonte kann einfach so laut sein, also... Oha. Wir haben bei uns gewählt in einer, Digga. Ja. Ja. Haha. Ohlo. Also nicht dieser Bereich wieder. Nein. Wir wissen, wo es ist. Weißt du, wo es ist? Achso. Oder das ist schuldig. Ohlo, das ist schuldig. Aber da geht's auch so. Ohlo, das ist schuldig. Ohlo, das ist schuldig. Die Werkzeugkiste. Okay. Die Werkzeugkiste. Ja, moin. Ich komm nicht vorbei. Ich hör... Was? Was ist das für ne Zaun, Alter? Ja. Okay. Gefunden. Achso, noch Zweite. Okay. Nein, ich werde geschossen. Ich werde geschossen. Ja. Hallo. Oh, bohrmaschinen habe ich gefunden. Ich habe meine bohrmaschine. Okay. Ich wollte da auch rauf gehen. Da bist du. Udi renken genauso. Udi auch. Da bist du. Mein Auto. Ja, ich hab. Einsteig in ein Schliff. Udi. Na, alles. Ja, du gerettet, du gerettet. Nein, ich sterbe fast. Ich sterbe fast. Schau mal, unter dem Auto, Digga, der Arsch auch groß. Na, aber schon. Siehst du, oder? Ja. Digga. Unter Bonet und Rostig, Digga. Und du siehst du mit deinem fetten Arsch mit dem Auto, Digga. Ich hab schon durchgedacht. Halt den Maul. Mein... Ja, mein Arsch muss sein Dings Leder warm machen. Na, aber schon. Blaust pro Leder. Wer kann es nicht. Wer kann es doch... Ich... Schau mal, äh... Wie... Wie ist das jetzt endlich bei mir hochgeladen? Was ist das jetzt eigentlich gekrummeln, oder was? Na, gestern, äh... Äh... Wie gestern... Äh... Hehehe... All die Feiermonte lachen... Hehehe... 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 Ach, er ist die schon da? Ja... Hehehe... Hehehe... Ach, er ist die schon da? Ja... Autofick Weißt du, kannte dieser Ria Rock You Weißt du, bis dahin habe ich verstanden Schattel Rock You, Fuck You Ah ja Ah ja wirklich, ist ja wirklich nichts falsch Also Herr Benni wir können Flucht Flucht auf Nose Ausrüstung oder Feuerwehrausrüstung Nose Ausrichtung hast du gerade angehabt Nein Nose ist jetzt das Militärische Scheiße Was? Wo liegt die Scheiße? Benni, sag ein Feuerwehr oder Nose Mir egal, Feuerwehr Nein Okay, ich nehme Nose einfach Ich glaube Feuerwehr wäre ein So Ihre Gsack Feuerwehr Kann ich auch zurück machen Kann ich auch zurück stellen Okay Geh zur Mission Rail Police Station See if you can steal some uniforms from the locker rooms Steck ein, Nigel Na, wahrscheinlich Das haben wir zuerst gern auch klein, Digga Bess dich du Hohenson Oh, er kriegt's richtig nah Ja, aber verbiss dich du Hohenson Das hat das ein Lambo aus Schweren bei der Waren er redet hat Aber war es nicht das erste Wo so eine Zuschauer zu ihm kannst du gesagt Monte, du bist so ein bestes Dann hat er gesagt War es nicht das erste Ja Nicht, also war es bei Lamborghini Ja, jetzt hast du ein Lamborghini, Digga Ah, ja, flexen Steck raus Aber ja, diese Kinderdinger Alle blöde Schauen, Digga Immer meine Ja, du musst auch reinkommen, wahrscheinlich Jawohl Wahrscheinlich Ballerei da drinnen, oder? Ja Ballerei da drinnen, oder? Ja Wo ist diese zum holen? Hä, was? Ist der Bullen direkt Weg Ah, und wir muss den finden Obwag ich bin und singe Scheiße Ballerei, komm hier jetzt Baba, komm, Digga Hallo, du Suckers Geh Bodenfüssen Geh Bodenfüssen Geh Bodenfüssen Geh Bodenfüssen Geh Bodenfüssen Los, du Ja Heiß Maul Geduch sterben Oh nein, oh nein Ich sterfe fast Ich sterfe fast Ich sterfe fast Ich brauche Bord Oh nein Ich sterfe Oh, Alter, einer kämpft vor Türen und killt mich. Oh, Alter, einer kämpft vor Türen und killt mich. Weg, kommst du. Weg, schau. Wolle muss holen meine Sachen, ja? Wolle, das gibt's ja. Wolle, ich zeigte mich noch. Was? Was zeigte es noch? Da. Ich hab es. Was? Nein, schau mal unten. Eine ist orange nur. Alter, ich hab's. Ich habe. Ja, das was ich jetzt gerade verloren hab, das liegt da vorne von mir. Ja, die riecht, die riecht. Ich hab zwei jungen. Schau mal unten rein, ich warte. Die sterben, ja, jetzt sind doch der Schlafverlust, weil es mir gefallen wird, weil wir dort sind, weil du stehst du genauso, wie der Schütz sterben, wenn man verstanden kann. Mann, wie ist die Hüppe zufrieden? Dreckspiel, wirklich. Dreckspiel. Ah, da, nein, Leiter, Leiter, gut. Das ist auch mal ein bisschen. Alten Maul. Rotten. Schöße Schiessen. Mann, die Gassen. Ähm, 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 ähm. Lass sie doch in Ruhe, die Gäste. Die sterben. Schiessen. Nein, bin wieder tot, Alter Kling. Alter, ich bin so kurz davor, dass ich mit den anderen Kontrollern hole. Der fliegt nachher gleich. Der Land fliegen, Waller. Ich bauche einfach den Fick, Dreckspiel. Der fliegt der Schüchse wieder, Alter. Ach, schau mal, da steht ein Nose full. Was, ich bin tot? Nein, ich bin tot. ich bin tot bitte helfen zu mir ich bin in die war als maul wer wir verwecken die euch ja wohl ein auto wem so stehen ich hab einiges mehr zum heilen ich habe einiges mehr zum heilen Ich brauche meinen Tricks, die nix hier. Gibt's einfach im Auto, gibt's einfach im Auto! Lass die einfach im Auto entstrengen! NOOOOO! Ich zerbrüfe irgendwann das Trickspiel, Alter. Ohne Scheiss. Es reicht. Ohne Scheiss. Hörbern nur ein Schwer. Hör financial. Gäste Kühlschrank. Hörber! Kühlschrank, du sagst. Eib zur Lippinen. Gäste vom Säumen. I hättest du den Kühlschrank, innen die Kühlschrank. Sollte die abholen, hast du ne Bullenbrutale? Sind sie nur brutal bei dir? Ja, 4 Sterne habe ich noch. Das scheißt wirklich zu dir, Alter. Ich dachte von der Brücke hier oben, oder? Oder unter der Brücke? Ja unten, Brücke, unten, unten. Und ist der Fall. Ah da, ja genau da bin ich. Jetzt bin ich ganz hoch, Alter, ganz oben. Vielleicht wäre Feuerwehr auch so gleich gewesen, weil Feuerwehr, die Polizei, äh, müssen das ein Auto, links, melden, was da passiert hat. Ich glaube bei Feuerwehr wäre das gleiche passiert. Wir weit machen. Wir müssen es machen, dass wir sie loswerden. Aber, dass wir unter Brücke waren, bin ich nach stehen geblieben. Weil ich dann, es hatte, geblinkert, sagt man so wieder, meine Ahnung. Ja. Und da dachte ich, dass es keiner mehr bekomme. Aber, nein, plötzlich kommt es von der Seite zum Bullen, Auto oder so. Wieder vom Himmel. Hm, tötet mich fast. Ja. Wahrscheinlich ist der da. Digga. Aber immerhin haben wir heute Dings gemacht. Äh, Vorbereitungen. Damit, dass wir morgen machen kommen. founds? Nee, 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 nee. Nicht hell, 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 hell. Ich ár nicht so im Fluss das ganze machen. Ja. Ja, wir können... Ich... ...hm, ja... hoping is burning. Gen, das wär's. Warum müssten wir dem auch die Polizei hinzufügen. Okay, das macht man logisch, aber nicht so heftig dreck, direkt 4 Sterne. eigentlich bei uns klingelt jeden tag hundert mal wir machen okay es gibt drei verschiedene ein einruf mit dem box das ausrüstung oder wartungs auswarten also wachs das ausrüstung halt was man im bild sehen kann dass man in zeit der ding sehen kann mit türkischer auto ist das mann kann dieses habe nicht aussprechen türkische nativ wartungsausrüstung oder gruppe sex gruppe sex ausrüstung was ich dabei jetzt unterschied ja mit so autos halt auch noch das mit mit meinen freunden fall habe hat gemacht haben er hatte da so türkise auto mit so roten outfit sollen wir das nehmen ja das hatte mein freund auch dass sie mit ihm gemacht habe also mit anderen freunden aber da starte ich ich hoffe es ist nicht so schwer ich hoffe ich bin bei ich habe ein auto repariert wir geben die zu bahn haben bahn haben schon schön so wie soll denn gut warum kommen so wie so wie na ich 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 kann nur das ich weiß nicht ich glaube es ist deutsch und japanisch gemischt was kann auch die japanisch lernen über übersetzer ich weiß nicht irisch oder hallo konnichiwa 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 ok ok geht es ok ok geht es ok ok also das ist auf deutsch ich wirklich ich weiß was was für akku alter also noch drei kilometer so da kann ich dann weiter lernen ok was soll ich diesmal schreiben oh 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 maß achso wer ist denn da schon wenn es auch ja das heißt was es sei 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 was wir an die Schleifel gelten blauer die E-Mail aber auch schleichen was ist blauer ja so wird ein paar kleines Wettel nur nicht einsteigen warte wir können so zu dach gehen schau was nein ich wurde erwischt ich wurde erwischt als maularflach alter was willst du erreichen hol blauen wand ok ok ich bin ja fast tot aber ok ich hole jetzt ok ich hab ok ich hab halt's maul Mo Mo Gülle Lüchen Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ist er noch mit dir gegen ihn? Was ist das? Nein, ich bin falsch. Oh Gott. Ich bin schneller als du. Nein. Das ist kein Unfall. Außer dass ich vorhin Menschen überfahren habe, ob egal. Nein, überhaupts Grundfall. Naja, wahrscheinlich kann ich. Oh mein, als ob der alte Drecker unten besser geht als mein Flugmusik. Also ich bin falsch weggegangen, lol. Der Gott. Egal. Lale. Zusammen will laden. Ich habe ein paar Schwierigkeiten, sondern zwei Step 3 hier. Ich habe eine große Waffe. Ich habe eine große Waffe. Ich habe eine Karte, aber ich habe eine große Waffe. 300 500 immer noch nicht fertig fertig also wir müssen noch eine machen wir müssen noch mal machen steht da also vorhin stand da eins dann steht er jetzt 2 ich bin nicht erst müll meide den fäsch ist ich will auto stehen hallo ja keine ahnung ja es vergleiche halt gleiche bild von stand der 1 dass wir fertig gemacht haben stand er jetzt war hallo ich muss choice Er ist schwul, deine Mama ist schwul. hallo bleibt diese und in deinem wohnen oder das gut ist wenn ich halte maul sonst stärke ich dir mein penis in dein arsch und in dein mund denn sie muss aufsteigen kann mich nicht leicht bemerken das ist leider der müllmann der bringt leider das müllauto es ist persönlich verletzend ja denke ich auch immer ja und 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 wer wird zerquetscht er wird so ja ein bisschen unfall aber egal er will ständig draufsteigen ja 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 mann ich fahrzen verbitter euch die ja erhält die sie erst noch gut gefahren oder das ist gut ist oder wie schon geht der 500 ps oder was ja Oho, ich habe das Gefühl. Ja... Ok. Okay, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl. Es ist ein Schlatter, das ist doch. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr konnte, sag. grab the bags from the back of the truck and dump them around the rear and side doors of the casino not afraid of insects, are you? Ihr fallst die, alter! Wurrschmal geiles Outfit! Iiiiih, ich will es aber nicht angreifen! Voila, geh mehr, ich klopfe da vorne, oder mit dem? Ja, nechst du auch schon drücken! Na, na, nechst du auch schon drücken! Boilet! Aua! Ja, was machst du? Ja, ja, alter doch nicht gut! Hehehe Aber das ist nicht das Gute sein! Benni! Nein! Alter war das genau! Digga, bei mir wird niemand mehr angezeigt! Ja, muss ich das machen jetzt! Ah, aber schneller! Ja! Arabischer Chef! Hadi! Tu mal weiter da! Hehehe! Ja, la, habibi! Allah! Ja, weil ich schätze mich ja gerade durch! Hm! Nicht! Ne! Ja! denn die Ich denke, das ist genug. Gehe den Truck und lege die Region, bevor jemand dich für eine Leihau-Dumping berichtet hat. Junge! Nein! Was ist los bei dir? Warte, was ist der? Arschloch. Scheiße Müllerei. Nee, ja, moin Gott. Okay, komm. Wachen wir das Fahrzeug überhaupt? Wachen wir das Fahrzeug? Ja, für die Sekunde. Ja. Sie sehen? Ja, ja! Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du bist so gekommen, aber wie es ist es schon da? Ich bin es hier. Oh es ist hier? Nein! Komm, komm, komm mit! Komm mit! Ich weiß, ich muss nach Jungle zu fliegen können, schau dir mal. Ich habe schon genug zu fliegen können, ich will mal die. Wenn die unten einfach warten. Ich weiß, dass er nicht rein kommt. Oh, da gibt es sie nicht. Oh, da gibt es Glück. Okay, den fliegt jetzt. Ah, scheiße, warte nur mal. Ah, scheiße, auf der Seite stank, warte. Aber wirklich. Ich brauche diese Tank zu fahren. Hallo! Ich bin so gut. Hallo, du scheiße. Geil, ich bin auch, ey. Ja! Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Moin! Alter! Wahrscheinlich der kleine Dillix, der bringt den Müllbaden. die Müllbaden. Ich bin so gut. Aber mit Tonnen Dillix, äh, Müll kann ich sagen. Müll aus ist schon praktisch, gell? Oh, nee. Alter! Ja, was tut dann? Es ist vor allem der einfach explodiert. Boah, schau, ist die Puhl wegen dir. Ich hab dich ja nicht von. Ja, besser ist das, Alter. Digger, kann ich in den Container eigentlich von vorne? Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Scheiße, klingt ja nicht aus, aber egal. Ich hab Mission gestartet, du hast keinen Buhl. Keine Frauen mehr. Wollt ihr abbohlen? Jetzt hast du keinen Frauen mehr. Ja, wahrscheinlich, Digger. E-Land's Auto, die gong voll auf die Bühne drauf. Blatsch, steck ein, du Trottel. Juuu. Was begibt dich zu Terminolo, so Scheiße? Zu Terminolo. Ich hab voll deine, voll deine, voll deine, voll deine, ja, ja, ja. Ja, aber schon. Vielleicht war zwei Kilometer, jetzt ist drei. Ah, ah. Was ist das? Also mehr geht's? So ist sie. Ah, das finde ich ja. Scheiße. Du wirst eingekackt. Du wirst eingekackt. Oho. 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 Digga, die Tricksbulten. Wolle, die ist gut, die sind. Achso, wir sind schon da. Oho. Aufsteigen. Wir sehen. Ich geh mal auch weg. Ganz chill. Und du von drei, und, und ich links eins. Zwei. Wario. Das Malbue. Digga, komm. Ich hab einen. Du, du musst den zweiten nehmen. Jetzt. Heide. E außer. Schnauze. Ich probiere den Drecksheller einfach zu schießen. Krass, er ist aufsteigen. Ich würde denken, es ist eine Wunschaufel. Ich weiß nicht. Drecksbücher. Ja, ich klär schon mit dem Helikopter. Es hat nicht so große Reichweite. Wer war es noch, Alter? Von unten. Von hinten. Was ist denn da von hinten? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wolle auch beste Wasserbootplatten. Und Landfahrzeuge. Ja, aber hinter das Polen. Ja. Jetzt neu. Jetzt neu im Kino. Ah ja, das war, das ist das Vorletzte, ne? Na, das ist das Vorletzte. Glaube ich. Ich. Wir werden die Bullen los, aber hinter uns ein Helikopter. Best Waffe habe ich noch. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Das wäre der Volver. Nein, schieße nicht. Wir sind schon so gut rum. Das ist gut, 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 gut. Das ist frisch, hm? Das ist frisch, hm? Das ist frisch, hm? Und ab jetzt hinten hinten, ja, brav. Ah, schön, wir betrachtet. Nein, ist krall. Das war ich mal. Nein, ich, ich! Verpässt dich. Nein! Alter, das war so klar, Alter. Verpässt dich doch, und so. Also, ich bin draußen am 1. Schau, schau zu und lerne. Scheiße, ich wollte zusammenfahren. Ich muss auch mit Auto reingehen, du Spaß. Wollte das nicht gut, dieser, ja? Wollte das nicht gut, dieser, wie der Opa, ne? Digga, er hat die Müllscheiße noch an. Ja, gewöhnlich daran. Ja, wahrscheinlich. Jo, ich auch. Das bist du in... ...15 Jahren. Hey, wir können, äh, dritte Tafel ist da. Dritte Heidi. Welchen sollen wir in Sicherheit passen nehmen? Diese erste, so der Sekretärin, oder diese erste mit so... ...Spielding, so mit rote Hemd, wenn man Casino reingeteilt, so dings? ... ...drei Sekretärin. ... ... ... ... immer noch diese mühlen wenn du deine reihe ist es egal andere weiß man muss nie um wegen dem mal da wenn du boden fliegt äh das war nicht wir wollen das letzte wort hier gehe so wie gucci digga mit cci zum schluss ich auch gedacht ich auch vorhin also warum machen wir so was haben sich gut sie rate mal was er gesagt hat gucci muschi ja und da war eine formelle wie soll dabei nein da war eine frau melovesio dabei deine mama deine mutter ist nicht keine mutter hat auto aber gehen wir spielen die das heißt also da wo mann auch ich glaube ich das haus rechts von mir ja es ist das ist es hatte mit vielen Stiegen so Stiege Treppen also kann gut ausmöglich das sein ja 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 halt's mal wir werden Spaß war das aber ich hab es ich habe du Unschling ich bin ich bin ich bin drinnen ich muss durchsuchen wir wollen ins Bett gehen wir wollen los wieder das hier ist was wir werden mit der 쳐 was war ja ich hab ich habe ich möchte sie kriegen sorry und viele menschen getötet habe ja ja jalla ich noch so jalla schon früher war es schwer zu freuen war schwierig weil wenig deluxe deluxe hatten aber jetzt haben wir deluxe sechs deluxe schwierig schwierige sprache in juma in juli ist nicht so die ich kann es jetzt beweisen dass der reiner überhaupt schon englisch der lehrer ich irgendwie ist was ich jetzt das problem alter wie lange alter schäfer vergleichen wird das wenn ihr hält maul sonst steck ich dir mein penis in deinen arsch und die parnisch die mir war das doch hier ist ja ich habe mich zwar so denn ich kereber was dass sie war nachher noch nicht nur stecken wir uns nun ja wo ich ja nie Was ist das, Ojo-Chan? Ja, Schatz! Was ist das, Ojo-Chan? Wie viel Sachen müssen wir noch machen? Diese Sicherheits-Info haben wir nicht. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Noch nicht starten. Wir können es noch mal starten. Ich bin gut. Ah ja, wir müssen Dings... Wir müssen noch diese Plakate... Ein schwieriges Thema. Ja. Masken fehlt uns noch. Und noch Sicherheits-Info. Digga, müssen wir jetzt den Gefängnis-Bus auch schon Maschen trinken, oder was? Pff, keine Ahnung. Ah, aber scheiße. Gefängnis-Bus Corona-Maschen. Ich weiß nicht was, was wir gestartet haben. Da ist dann auch Mission zu starten. Mitaccatan. So nicht Liver und der Plakate... Ach nein, nicht dieser Junge! Ich weiß nicht, wo ist er wie prejudice. Guck mal hier. repräsentiert ja mein so sein nach dieses wo er hat diese rot und nacht ist orange es bleibt nicht immer rot als ob das bei dir als ob das betrifft ja herrte verarschen das auch hans gemacht was soll ich die gar nichts macht du spaß wir haben auch dort und ein Jahr hast du nicht er ist es auch ein spannender die großartig was du für Behinderung wie es hier steht sie sich nicht mehr mit dem treibenden als Maul Asura, der Plagg passt für mich. Ach man, ich wollte rauswerfen. Spaß, jetzt kommt sie rein. Haben wir gewonnen. Ja, Schatz. Da ist schon raus. Nee, der Neger hat mir gehoffen, dass die aufhören sollen. Nee, boah, die Straßen ist ihm zu breit, er muss da zwischen die Lampe und den Gebüsch durchfahren. Ja, wahrscheinlich. Wo ich muss durchfahren? Oh, gesehen. Was? Junge, wo ich muss durchfahren? Ja, ich fahr, Dings. Ja, wo ich mich, wo ich muss durchfahren? Nee, ich fahr, ich fahr, wo es Dings ist. Auto. Moin. Geh mal her, steig mal Auto und setz weg, Punkt, dass sie weiß, wohin. Ich fahr, ich fahr, ich fahr, ich fahr. Nee, ist nicht so weit weg, nur so über 200 Meter jetzt. Ah, ich fahr, ich fahr. Ach, nein, jetzt zurück, oder was? Okay, komm, 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 steck ein. Warte. Komm, das ist auch, weißt. Ich muss mich noch über Wegpunkte setzen. Ehm, okay, warte, ich muss selber schauen. Wie geht es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Kannst du es sehen? Nein. Mach es dort auch. Okay. Ok. Das ist das auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wenn sie in den länden er hat und dann absehe ich habe selbst war gemacht wenn wir leben ja da habt ihr liebts an den länden leben 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 ja darum abdull der liebts an den länden in den länden in der blöden der haupte ohne dort die Mike Kuhle Nürnberg auf dem Kontrollen was ist ein Leben hier was ich mit seinem Leben der Lille was ist los er muss 10 Kilometer Nini Lele Lele Ja, lelele. Ah, wahrscheinlich. Das lililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililili auf mein macbook oder ich schlafe so schau beim schlafen ich schaue ja wie geht es ob ich aus der ipad die garformel kinder so beim ipad das so heller bildschirm der kreis ist jetzt ein schaue mal links um ihr alter davon hat sich um zu kalt er die er er gerade so vorbildet mit dieser rausspreng so ich lasse mich gerade so auf die marys oder nein ich hab gleich so ein komisches billig smile hier oben digger die die er erlaubt mich das war so 3 und danach habe ich aber zugeklappt im Laptop, das hat das nicht passiert erlaubt mich erlaubt mich, das war so mitten in der Nacht ja so 23 Uhr war es glaube ich und vor mal, ich mache auswohnen du denkst mir, was ist denn das hier hinten ich schaue mir nur mal ein um mir, du formel ist hell voilà, da ist schon mal das Leben wieder ich meine, bekommst du nicht, ist klar kennst du dich das du kannst selber so aufstehen wenn du in der Schule bist aber nein, da musst du dann extra also, ich nehme halt deine Schwester jetzt dann sagt deine Mutter so, deine Schwester, kannst du noch wenn du aufdecken du stehst so auf und da kommst du aufstehen dann ja ich weiß nicht mehr was sagen ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr egal, vergiss es vergiss es vergiss lösch lösch diese ganze Sekunden lösch das ich bin so schlecht bei ich bin so schlecht bei Alter, muss ich jetzt Mount Averish gehen oder was Mount Averish und Averish der geht ich bin fast da ich bin fast da oh 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 ich bin so schnell ich bin so schnell gefahren mal besser abkürzungen hat die eine angerufen oder hat die eine angerufen oder jetzt hat sie nicht mehr angerufen also vorhin da hat er den für sage fahr dahin da hat er mich angerufen dich mich bedroht er mit waffe digger er wird mir nicht als feind angezeichnet aber der der zielt mit der waffe auf mich hey digger das ist nicht gut glaube ich oder ich mach ihn mal aus dem schlaf so bissl oh nein ich sterbe falsch 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 ich bin tot Penny du musst wei- äh 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 hey wo ist mein Ding original ne ja und gib 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 ja of ja weh komm ich jetzt da hoch indem er die abnimmt ach so ach wo du zu klip spät ishne Penny ne draxie Penny grüß Gott Achtung kleinen Unfall er ist mit drinnen alter r das ist gut wir können weiterhelfen ja ja Leute das ist einfach ich bin nochmal anfänger und auf der rechten Seite wenn sie rausglücken sehen sie das Arschloch nicht so ne Arschloch wenn sie das sind ok steigt da aus hola und er ist der Fass nein Steffen komm ne was bist du für behinderte mensch diga na wahrscheinlich ich mach das extra weil ich ich mach das extra diga trototototototototototototototototototototot mal ohne haltet da kommen spieler rauf ich weiß wo er gut ist wo er gut ist man muss die Schmerzen spieler wo wollen die sie gut wo du bist auf fahrt die Scherfahrt scherzen nach gut einmal haben wir die menschheit gerettet na das noch mehr gegner zu die da vorne der ist voll am lustigsten wir er ist bestelliger er war zum Beispiel das magst 6 auf jetzt lief um die Kackgabe ab brauchst du stundenlang dass er um die Ecken noch mal vor digga ja du hast jetzt mein Auto zu passen natürlich ist gar nicht ja als ob du das Auto ansitzen musst ich mach es einfach ja steig ein ich glaube es war nicht genug oder du musst auf dem Auto du hast du hast du hast du hast wir hinten Was? Was ist das für ein Auto, Alter? Banzaiche Banzaiche 2 Warte, jetzt sind sie wieder gespawnt unten Echt? Die haben Klonmaschine, Alter Klonmaschine, Klonmaschine Ich fühlte die Leute, das ist so geil, Alter Digga, da steht meistens eine komplette Nacht Da wo ihr steht, Gute Nacht, bitte Warte mal Na, wahrscheinlich Okay, fahr zu spielen Hey, wo hast du mich jetzt markiert? Will ich schon Hey, wo willst du hinfliegen? So Soll ich spiele alle, äh, markieren? Oder weißt du es? Wo es ist? Wo hast du hinfliegen? Jo Ich wollte gerade aufsteigen, ehrlich Ne, weiß nicht, ob es passiert, wenn ich es jetzt ändere, gell? Wie geht's mit da? Mount Avery Wo hast du jetzt nicht so weit fallen kannst? Ja Moin! Ne! Ah, der Opfer! Nein! Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich Jaaa Du willst auch einsteigen? Aber nicht rauswerfen, bitte Ja, wahrscheinlich Wenn du jetzt mich rauswirfst Wenn du jetzt mich rauswirfst, saß Oha Wurde unsere Freundschaft, oder? Ja, dann schulde ich dir was, schoss Ehre! Ja Ehre genommen Ja, Digga, ich geh mal kurz was zu fressen machen, gell? Ja So unterholen Ich hab so einen großen Dier Ich hab so einen Oh Gott, das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, und du isst gerade mit Quark oder? Mit Nutella. Wo hast du es gekauft? Aber dieser weiße Quark ist diese weiße Creme oder? Du, also... Nee, hier kannst du mal Nutella. Nein, weiße, weiße Quark. Zur Maske. Da steht noch Maske. Bäh, Schmutz. Da kannst du ja sitzen bleiben im Auto, gell? Das rutscht automatisch rüber. Jetzt muss ich schauen wo Maske ist. Wo ist Maske? Oh, doch so weit weg. Haller. Oh... Ja, was ist das? und danach bin ich mir jetzt nur richtig das kostet alter Beste Maske sollen wir nehmen? Keine Ahnung. Clown. Was? Clown. Clown. Kleidung. Ich will doch Maske. Da. Ah da Clown. Wir nehmen Joker. Weiß wo mein Dings äh neuer ist. Also Gold Dings. Goldene Anzugsgebühr. Was muss ich? Muss ich auch Maske holen oder was? Du like? Bitte doch du trickstinger da. Hey, I haven't seen you at the end of the day. Hey, how can you get so many kicks? Ah sorry. Hey. Juni! Ich wollte ihn nicht. Hä? Flieg doch einmal. Ich bin doch doch immer gescheiter ja. Oh, willst du dich jetzt schon beleidigt? Nee. Doch du macht das. Du machen das. Du machen das. Schmeckt es? Ha? Schmeckt es? Mhm. Nicht du. Ups. Das habe ich nicht vorher gesehen. Ja, das ist einfach. Hey, hallo. Was? Ich bin auch schlimm für 10 Minuten verloren. Nein. Nein, wahrscheinlich. Was? Oh, who is this? Ich kann nicht mehr raus. Gott, der muss schmutz. Mann! Jaaaaah! Hast du mal Nutella mit Chips gegessen? Nee, wir sind aber Nutella mit Nachos. ich auch so käse aber ich bin der käse nachos 1000 mal besser als gesalzene als also normale halt ich hab gar nicht dass ich habe ganz normale nachos nummer ohne salz und ohne alles und habsen in dingen getan ist würdest du durchbrot mit ihm fressen also es würdest du durchbrot mit dollar fressen also das noch bild geschickt die designiert ist eine bild die starb-brüche schrocken bin also das ist mein Leben ich bin ich bin wenn wir von mir auf nachts aus uns schauen halt und denk mal ich fick dir dann hab ich den eckbook zugeklappt diga was schon im eckbook hat gefragt ob das dazu ein software-update verfügbar sein und wenn das angeht diga der abfladen von mir geleuchtet diga vom linden diga ist das scheiß ding aller jetzt fällt uns nur wahrscheinlich äh 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 nur front jetzt fällt uns nur sicherheits-info aber ich kann das nicht starten warum nicht weil es geschlossen ist vielleicht muss ich diese eine nigger noch eine weitere mission starten also machen dann glaube ich sollen wir riskieren weitere nigger äh du weißt das ist normal heute heutzutage ist es normal ja überhaupt stehst du jetzt was du mal in amerika abgezogen wurde ich schnell wenn ich äh ich kann bei so einbruch outfit gell also klar verkleidung kann ich noch zwei weitere starten vielleicht müssen wir das alle machen ich will klar diga wenn das zusteht okay dann mach ich halt oh mann ich verschau wie zeitverschwendung ich verschwende nicht mehr kostbare zeit ich will ja nicht mehr rein alter ups mir liegt dran ja korrid okay so wir sind play noch mal vielleicht machen der kreppel er er bringt aus dem Buschmutz die gleich wieder auf den drinnen kann wieder nicht wir verlamten ihm schon mit heute So ungefähr? Eine Million. Ja, das kann vielleicht sein. Ja, na, wohl. Kann sein. Durch die L2-Hilfe kannst du es schaffen. Ja. Jetzt musst du die Fetzen an. Jetzt gehen wir ein bisschen, John. Ja, John. Als Maul. Wenn es zu tun. Ich schau dir das an. Nein, was habe ich gemacht? Nein! Mann, Digga. Wenn ich dein Auto kann, ich links unter Wasser schwimmen. Mann. Digga, dein Auto ist Dreck. Wie du. Ich will, äh, Benni, du, du wirst sterben. Ich töte dich. Ich töte dich. Ich muss dich töten. Ich muss dich töten. Hahaha. Hahaha. Was wird ja wohl sein. Hahaha. 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 Ja. 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 Bane, wo ist ein Auto? Das ist immer noch da unten. Das ist immer noch da unten. Digger! Wo ist dein Auto? Im Wasser. Junge, kannst du nicht fahren oder so? Nein.. Wow, die hilft da raus da. Normalerweise schon. Normalerweise kann ich... Alter, ich bin fast tot. Voila, wie wäre es, wenn wir da dagegen schießen? Ja, wir wissen es langsam, dass du einen Zaun hast. Nee! Digga! Ey, was hast du gemacht? Ist jetzt Mission fehlgeschlagen, oder? Nein. Immer noch nicht. Voila, wenn ich da jetzt gerade erzähle, was ich gemacht habe, Digga. Was hast du gemacht? Warte mal. Warte, was ich gemacht habe. Du bist in dein Haus gegangen. Nein. Bin jetzt noch dabei? Ja, ich bin noch dabei. Jetzt fahre ich. Nein, normalerweise kann ich fahren, wirklich. Ich fahre auf Benni. Normalerweise kann ich fahren. Ja, passt schon. Ja. Wenn das die Wahrheit ist. Ich war nicht jede Schuld. Da ist der Bar mit der Schuld. Ich meine, verpiss dich! Nein! Und du kannst auch nicht gut fahren. Jetzt mal. Besser ist. Digga, wo hast du noch Wegpunkte hingesetzt, Digga? Was? Was? Das habe ich nicht gemacht, Alter! Wahrscheinlich, Digga. Ja, wahrscheinlich. Ah, geil! Schieße mal den Ball ab! Oh, geil! Actionfigur! Okay, komm, schnell, schnell! Hallo! Hat das Mensch mich gerade erschreckt, Alter! Wirklich! Benni, was machst du? Achso! Ich habe jetzt mal erschrocken, Digga. Ich will einsteigen. Kleine Spender, bitte. Natürlich muss diese Seite keine Tür haben. Ich helfe dir. Nein! Lul! Digga! Pack Spanje der Hase, Digga! Spanje? Ab du der Hase! In der Luft geschärft! Du wolltest wegbringen, ne? Ne, wolltest umdrehen! Also... Aber... Dank mir, äh... Haben... Haben... Wir unsere Zeit nicht verschwendet. Digga, schau, warte! Wenn ich Nutella so... Somit zu taus habe, dann schicke ich dir ein Foto. So... So muss man viel reinmachen. Also... Warte noch ein paar Tage, dann zieh sie selber. Ich habe komplett für eine Söller. Ja... Was du... Ich habe kein Geld mehr für den Nutella, du. Du? Wollte ich sag, dass du nichts von dir raten. Ja, du darfst nicht aufschauen. Ähm... Wenn ich... Nicht... Nicht... Lieten... Na... Wie nennt man das? Meine Nummer... Na... Meine Adresse wurde geliebt... 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 So... Weißt du, was ich meine? Na, weißt du nicht? Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Na von Schoen und Bam, diese wenn Tiere rappen können hinten so und diese Schnecke Oh ja Nein Nein Außer wir sind schon da Zeig dann vielleicht wie Okay aufsteigen Willst du aufsteigen? Nö, aufsteigen wir raus, ich muss ja mit einigen Ja Vielleicht andere Seite Auch nicht Eres un pendejo Eres un idiota Eres un idiota Putz im Amal What a asshole Ah, schuue sa cara du Als sind auch viele Ja Wir haben aber schon eins Warum ich glaube das zweite Ja da ist zweite Ja da 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 Hä? Es will nicht nehmen Alter Steig rein Warte die sind zu gut diese Äh Hallo steig rein Nein Fahr weg, fahr um dein Leben Äh, flieg meine Nimm dir scheiße und ich komm runter Okay komm runter schon Komm runter 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 Das ist gut diese Was kann ich da machen Na Was kann ich da machen? Ja Ich muss kurz was lernen und dann es sind zehn äpfel im baum und mac holt sich ein geschloss es sind zehn äpfel im baum und mac holt sich eine runter es sind zehn äpfel im baum und mac holt sich eine runter nur holt sich eine runter hätte gern Das ist ein Witz, Digger. Er fahr ich jetzt plötzlich. Ja, wahrscheinlich. Das kann ich jetzt nochmal machen, mit Wasser. Nee, das... Wieso nicht? Es ist gut für Wasser. Kleine Reinigen. Ja. Egal, wo sieht das Wasser aus, das ist leer, Digger. Ich fühl's nicht dran, ich bin echt schuld. Ja. 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 So viel Schäler, Digger. No, wahrscheinlich. Ich starte direkt das gleiche, weil wir müssen ja zweimal machen, weil wir zwei sind. Ja, wahrscheinlich. Wer darf ich fahren, weiß nicht, gut. Nee, nice, ma. Da, 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 da. Bin jetzt mal. Nee, komm, lass die Zeit. Ach so, zu wenigstof gestern. Kann ich auch zu dir sagen. Genau, versuch es zumindest, glaub du. Ja, mach ich eh. Hey, ich muss auf. Ja, was belehrt dich hier nicht, gut. Ja, ich muss jetzt auf. Kannst du dem Zweiter machen, diese Mission? Ja. Ja, warte, dann machen wir dann schnell, gemeinsam. Ich versuch's. Ja, ich versuch's. Ja, ich versuch's. Ja, ich versuch's. Sustain,트가 ja. Ein wilder Autoclun. Ein wilder Autoclun, dieser böse Mensch. Wir müssen in Eurotas Casino in die falsche Richtung. Na, du kannst ja fliegen. Darum. Nicht nur so. Moin. Hallo. Frag, ob du es noch fertig machen darfst. Hab. Hast du gefragt, oder? Ja. Ja. Und ja. Ja. Ich bin wieder in das Casino, der. Ja. 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 Du musst rein da. Eine Rolfung, was passiert ist? Was ist das? Wie wird das Lüftungssystem passiert? Was passiert ist zu schützen? Ja, wahrscheinlich genau. Ich habe das Lüftungssystem. Das ist lang, oder? Ich versuche Bensinkanister da oben. Meinst du das? Ah, ne. Hey! Bei dir ist das Orange. Leih du raus! okay jetzt müssen wir den benni ich bin gerade im pool ein bisschen planschen nicht und wir sind halt schon wieder weit kommen ja ich habe einen gruseligen scheinwerfer einer klaren und einer großdäger Ja, war ich zu. So, Abigail. Ich gehe jetzt auf Psiang. Hey, Hitler. Okay. 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 Was ist denn da? Ja, ich kreibe. So Leute, dann werde ich mal sagen, machen wir eine kleine, feine Druckröse runter, ich habe nicht zugeschaut, wahrscheinlich hat der Abdel reingeschrieben, Abdel Malitz, du wirst gegrüßt, und Dominik hat heute glaube ich nicht reingeschrieben, außer gestern, aber da wo man der Leistung abgekratzt ist, also grüße ich ging raus an Dominik. Und ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen, als wie ich klicke, klicke ich und spreche das Genick, jetzt wisst ihr was zu machen ist, also klicke ich einmal für den Abo-Button und klicke ich einmal für die Glocke, klicke ich und spreche das Genick, und ja, ich werde nachher nochmal online kommen, also bis dahin, Tschüss.